ein wunderschönen guten morgen aus hamburg heute aus dem home office ja es ist mittwoch der 13 mai 2020 ich wünsche allen einen guten start in den neuen handelstag wir bereiten uns auf unseren morgendlichen dax trade vor wir blicken auf die mitte des charts dort haben wir eine big number und die werden wir auch jetzt zünden 10.700 07 gehen wir long 10.692 gehen wir short mit einem risiko von 0,009 und einer boxgröße von 15 pending order ist scharf geschalten es ist 8 uhr 32 so es ist 8.35 wir sind short ausgeführt unser gewinn ziel hat in punkten knapp 7,2 wir haben auf anderes ziel mit 0,005 erste trade short bei 10.692 zähler so wir nähern uns jetzt der markteröffnung in zwölf minuten wir sind short im ersten trade und landeanflug und wir sehen auf der rechten seite eine blue box die sich gerade entwickelt also eine 21er blue box die jetzt noch orange ist auf dem rechten bildschirm in der mitte ist unser aktueller trade wir sind im ersten trade und noch circa elf minuten bis zur markteröffnung und das war's es ist 8 uhr 49 und das war der erste das war der erste trade für heute short im dax big number mit einer 15 box in den gewinn gelaufen und für unser tagebuch wir haben also die boxen jetzt verkleinert seit zwei drei tagen auf 15 wir haben die big number getradet im ersten in den gewinn und ja wenn ihr lust habt wie gesagt könnt ihr gast sein bei uns im live trading raum tradersclub24.de wir machen jetzt weiter bleibt gesund haltet abstand und haltet durch bis morgen